Ja, hallo erstmal. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und wie Jamal eben schon gesagt hat, ich wurde eigentlich ein bisschen benötigt, heute Abend hier aufzutreten. Aber ich freue mich trotzdem, dass er mich so überredet hat, jetzt hier zu stehen. Und ja, während alle heute im Wellnessbereich waren, haben wir uns hingesetzt und haben 20 Minuten irgendwas versucht einzustudieren. Und ich bin ganz schön aufgeregt, ehrlich gesagt, weil es jetzt doch ein bisschen spontan war. Aber wir werden jetzt unser Bestes geben. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich, dass wir alle irgendwie zusammengekommen sind. Und ja, in diesem Sinne. 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 Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ja, in diesem Sinne. Ich würde mich inte�en. Ich danke dir. Untertitelung. BR 2018 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 Das war eigentlich echt spontan. Wir hatten uns eigentlich ein anderes Lied ausgesucht. Und dann haben wir das aber gehört. Und dann meinte Jamais mir, nein, du musst das singen. Und dann hatten wir aber nur noch fünf Minuten, weil ich mich eigentlich fertig machen musste. Also das ist jetzt noch spontaner als die andere Aktion. Vor allem ist es deutsch. Genau, es ist deutsch. Also es ist doch nochmal was anderes. Ja. Die Wüste war heiß, Berge waren hohe. Das war so tief. Und ich fand dich doch. Ich habe dir geschworen, dass du mir nicht entkommst. Du bist für mich geboren. Ich lebe nicht umsonst. Ich bin kein Rockefeller. Ich bin auch kein Wolf. Ich bin kein Wolf. Ich kann auch nicht treu sein. Ich bin kein Wolf. 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 Ich bin kein Wolf.